Hände, Hände hoch! Geld hier! Raus! Raus damit! Nee, tut mir leid. Also, ich hab meine Jacke im Büro gelassen und kein Geld bei mir. Tut mir leid. So. Ja, dann hier doch Kleingeld in den Büchsen da. Rutt, rutt, du mit! Nee, nee, Büchsen ist auch nix. Ich hab zu enge Hosen, dann krieg ich nicht eine Münze durch. Tut mir leid. Was? Hast oder hast ein paar Zigaretten? Ich, ich, Lichtraucher. Trichst du mich denn ein Stück?